Dürfen wir jetzt endlich mal wieder auf der Bühne stehen. Drei Jahre ohne Bühne. Und wir hoffen wirklich, ihr euch den Ablaut denkt zu was Süßen. Das heißt, wir werden jetzt nicht viel labern, sondern einfach noch Vollgas gehen. Und ich hoffe, ihr geht gut mit. Drei Jahre ohne Bühne. Drei Jahre ohne Bühne. Drei Jahre ohne Bühne. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020